Ja, da sind wir wieder an derselben, äh, nicht direkt an derselben Stelle, sondern kurz davor, weil ja das Bild schwarz wurde, als wir, äh, als ich ihn geblendet habe. Also dachte ich mir, gehe ich kurz diese eine Minute zurück und wir wiederholen das genau an der Stelle weiter. Ah, komm schon. Hier, wenn wir jetzt aber richtig blenden. So. Ganz aufladen und... Und das war's eigentlich. Das, was letztens nicht gezeigt wurde. Boah, ich hab völlig Game Park vergessen. Ich hab auf den PC gekocht. Hm. Mal sehen, ob wir das jetzt diesmal hinbekommen wollen, dass das Spiel abbrechen. Ja, das geht doch jetzt viel besser. Ja, weg mit euch. Hört auf zu mehr. Ja, aber ich hab kurz bevor ich jetzt angefangen hab mit dem Alpine, hab ich mir einen Film angesehen und zwar einen ziemlich alten. Ja, komm schon. Halt, schneller, schnell bevor es... Und zwar Spiel ohne Regeln. Den würde ich echt jedem empfehlen, mal anzusehen. Und, äh... Ah, der ist wirklich lustig. Da gibt es eine Menge zu lachen. Der ist einfach geil, der Film. Ich hab, ich hab den schon damals gesehen, aber... Schadet ja nicht, noch einmal das anzugucken. Okay, was man hier eigentlich nur machen muss, dass man die hier fern, nicht? Er kommt gleich mit seinen Fingernägeln. So. Die müssen wir so lang angreifen. Oh, ne. Was macht der denn? Na, komm, ey. Hauen wir die Chimera mit. So, jetzt packen wir dieses Ding. Und reißen den Rest seines Fingernagels. Das tut auch. Oh, weh. Oh, das hatte ich auch schon mal. Das hat dermaßen gebrannt. Ja, versteck dich, Kratos. So, zerquetscht. Ich hätte das im Schatten sehen müssen. Oh, ich hab viel zu viel Energie dadurch verloren. Oh, sein hässlicher Mundgeruch. Wir müssen in einer Lücke hier stehen. Und dann hier hochklettern auf den Finger. Aber es sieht nicht gut aus mit meiner Energie. Jetzt wieder einmal schnell blenden. Oh, ich hoffe, ich greppier jetzt nicht. Ah, nervt nicht. Ich schmeiß den einfach weg. Ah, der wechselt sogar jetzt. Ich dachte, der wechselt auf die Claws of Hades. Ja, wie gesagt, zum Film. Ihr müsst, wenn ihr den nicht gesehen habt. Der ist schon ziemlich alt. Äh, 2,5 kamen da, glaube ich, raus. Und es lohnt sich. Oh, Mist. Ich hätte länger schwingen müssen. Egal, wir sind ja gleich hier wieder. Es lohnt sich auf jeden Fall, den Film mal zu sehen. So, jetzt aber. Na, was haben wir jetzt? Was, so ein Typ. Oh, dann benutzen wir die Waffe. Ach, ich weiß nicht, welche. Immer angreifen. Erstmal brauchen wir ein bisschen Abstand. Und das ist sowas von peinlich, dass ich von solchen kleinen angegriffen bin. Oh, ich bringe mir das Schwert für die Zeit. Komm schon, Kratos. Die haust du auch noch weg. Ich brauche eigentlich Energie. Was, das war auch so kurz? Ja, irgendwie verschwindet er sehr schnell mit dem Schwert. Hier haben wir den Kristall und ein Stück Fleisch. Den Kristall könnt ihr aufschlagen, aufschneiden. Nicht den Kristall. Oh, was ist hier los? Ja. Was muss ich denn hier drücken? Oh. Was ist hier los, ey? Das reicht mir jetzt. Oh. Kratos, wieso zielt er auf die da hinten? Ich sehe gar nichts da. Oh, 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 oh. Ich will ihn nicht sterben, Kratos. Schmeiß das weg. Schmeiß seine Hand weg. Na los. Jetzt würde ich sagen laufen. Na los, na los. Was, der sieht mich nicht nach dem Schlitz? Oh. Oh, man, mich regt das auf. Wieso sind die schneller beim Angreifen? Egal. Unser Ziel ist es erstmal hier hin zu klettern. Wohin? Okay. Oh, 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 oh. Was geht hier? Das ist viel zu viel. Jetzt würde ich euch sagen, lauf, 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 lauf. Das ist ein Instant-Kill. Falls ihr euch trefft, dann werdet ihr bestimmt. Schnell hier weg. Nehmen wir jetzt wieder so einen kleinen Kampf. Ja, ich bin heute nicht so gut drauf, wenn ich gut drauf will, würde ich nicht sagen. Aber merke ich, ich rede nicht so viel. Na, komm her. Ich weiß, dass sich einer hier versteckt. Und zwar der hier. Noch ein Zyklow, warte. Oh. Ja, ach so, ich habe euch... Oh, ich merke das jetzt. Ich habe ja gesagt, ich benutze für diesen Kampf eure stärkste Waffe. Aber irgendwie... Oh, achte ich nicht auf meinen eigenen Ratschlägen. Ah, komm schon. Ganz schön viel Magie. Der frisst eine Menge an Feine. Die frissen auch voll viele Feine. Dann machen wir das anders. Dreht ihn auf den Schädel, sehr schön. Packen wir ihn. Laufen mit dem bis hier. Bang! Das ist Mist, 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 Mist. Oh, jetzt mal noch eine Runde. Ah, sehr schön, sehr schön. Ah, Mist, 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 Mist. Ich dachte, er erwische mich noch. Oh, jetzt kommt es drauf, Klopp. Ja, wie viele kommen denn noch? Ach so, ich muss bestimmt seine Schulter angreifen. Man sieht, der Zyklop macht eine Menge Schaden an seiner Schulter hier. Oi, oi, oi. Traitor, sie hätten doch geholfen, wo sie noch nicht umbringen. Egal. Das ist nicht so schnell. Hier müsst ihr so schnell wie möglich runter. Bevor er euch diese Welle dort oben erwischt. Na los. Ach. Oi, oi, oi. Das war knapp, das war knapp. Unser Ziel ist erstmal seinen Magen. Nein, der grinst so blöd, aber das Grinsen wird ihm gleich vergehen. Weil wir ihn von der Mitte verprügeln. Ah, wir haben unser Dingens aktiviert, wusste ich gar nicht. Blade. Nein, wie ist ein Blade? Äh. Ich habe völlig vergessen, wie es unser Schwert hieß. Ach, das ist der Stein, den wir brauchten. Für Hephaestus. Die, ihr, 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 ihr werdet cried, der Umphilus stone. Ja, aber weil er so Ah, übermütig war, wenn wir ihn von seinen Leiden erlösen. Da ist ein Stein. Und ich habe euch gesagt, solche blauen Steine waren mit dem Zestus von Hercules. Ich habe die ganze Zeit Quark verraten. Immer mit dem Zestus, äh. Ich möchte Steine immer mit dem Zestus von Hercules vernichten. Ich habe es doch gesagt, im ersten Teil, wir kommen, das war nicht das letzte Mal, dass wir Kronos sehen. Aber diesmal ist es, glaube ich, das letzte Mal. Immer schön weiter der Kloppen aus dem Stein. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn hatte. Nicht ins Nasen, noch. Achso, sein Auge. Hä? Achso, jetzt. Wir müssen nur warten, bis der zerredet. Und viele Todessequenzen werden mit L2 und R2 zum Aufladen des Schwertes benutzt. Kronos hat gegen einen Klo verlogen. 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 Klatsch. Wo sind wir denn? Ach, wir sind doch nicht mehr in Kronos drin, oder? Egal. Blauer Stein. Kaputschla. Kann ich hier runterfallen? Nö, ich kann nicht runterlaufen, aber ich glaube, ich muss rüberfliegen. Nein, runterfliegen. Kratos? Du hast mich in meine Gefahr? Nein, 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 mach dich selbst, Kratos. Ich wusste, dass du auf den Herausforderungen bist. Ich wirklich brauchte die Oath-Felow-Stone, du wirst du. Mach es schnell, Old Man. Ich bin so gut. A weapon such as this can't be rushed. This will be worth the wait. A fine weapon like no.